Die Zeitung Völkischer Beobachter war von Dezember 1920 bis zum 30. April 1945 Dekasekunden publizistische Parteiorgan der NSDAP. Die Zeitung erschien zunächst zweimal wöchentlich ab dem 8. Februar 1923 täglich im Franz Heer Verlag. Sie wurde nach den Anfangsjahren reichsweit vertrieben. Geschichte Das Kampfblatt der Nationalsozialistischen Bewegung Großdeutschlands ging aus dem 1887 mit einem Umfang von vier Seiten gegründeten Vorstadtblatt. Münchner Beobachter hervor, das 1918 in den Besitz der Thule-Gesellschaft überging, nachdem am 22. Juni 1918 der bisherige Verleger Franz Heer gestorben war. Rudolf von Seebottendorf erwarb von dessen Witwe Käthe Bierbaumer für 5000 Reichsmark die Herausgeberlizenz für die Zeitung. Ab Juli 1918 übernahm von Seebottendorfer die Schriftleitung. Die Zeitung wurde zunächst mit demselben Titel herausgegeben, jedoch mit dem Untertitel Sportblatt. Im August 1919 wurde das Blatt in Völkischer Beobachter umbenannt. Der Kauf durch die NSDAP erfolgte dann 1920 auf Initiative von Dietrich Eckert. Erster von der NSDAP eingesetzter Chefredakteur der Zeitung war Hugo Machaus, dem kurzzeitig Hermann Esser folgte. Bevor Eckert selbst zum 12. August 1921 die Leitung der Redaktion übernahm, die Auflage des Blattes lag zunächst bei ca. 8.000 und steigerte sich bedingt durch die starke Nachfrage während der Ruhrbesetzung bis Herbst 1923 auf 25.000 Exemplare. Durch das Parteiverbot der NSDAP in Folge des Hitlerputsches am 9. November 1923 musste die Zeitung ihr Erscheinen einstellen. Mit Neugründung der NSDAP am 26. Februar 1925 erschien sie wieder. Der in München aufgelegte Völkische Beobachter erschien ab 1. Januar 1933 regelmäßig als Berliner Ausgabe. Ein erster Versuch, das Blatt in der Hauptstadt zu etablieren, war im März 1931 gescheitert. Des Weiteren gab es eine Süddeutsche, eine Norddeutsche und ab 1938 eine Wiener Ausgabe. Die Auflage steigerte sich mit dem Erfolg der Nationalsozialistischen Bewegung enorm. 1931 erreichte sie über 120.000 und steigerte sich bis zum Jahr 1944 auf 1,7 Millionen Exemplare. Wenige Tage vor der deutschen Kapitulation stellte der Völkische Beobachter Ende April 1945 sein Erscheinen ein. Die letzte Ausgabe vom 30. April 1945 wurde nicht mehr ausgeliefert. Geschäftsführer war seit April 1922 der Reichsleiter der NSDAP für die Presse, Max Ammann. Finanzierung. Die Einnahmen aus dem Verkauf allein trugen das Blatt nicht. Es hielt sich durch den Verkauf unverzinslicher Schuld eine an Parteimitglieder und erhielt Darlehen und Zuschüsse von wohlhabenden Gönnern wie Helene Bechstein. Finanzielles Rückgrat war später der von Ammann erfolgreich ausgebaute Buchverlag. Auch der 1926 gegründete Illustrierte Beobachter war ein Erfolg. Daneben wurde die Anhängerschaft immer wieder an ihre Pflicht erinnert, Abonnent zu werden und solche zu werben. Mitarbeiter Hauptschriftleiter bis 25. Dezember 1920 Hans-Jörg Maurer 25. Dezember 1920 bis 15. Mai 1921 Ugo Machhaus 15. Mai 1921 bis 12. August 1921 Hermann Esser 12. August 1921 bis März 1923 Dietrich Eckert März 1923 bis 1938 Alfred Rosenberg 1938 bis 1945 Wilhelm Weiß Nerven 1921 June 1921 bis 14 AG